sind zwei die noch nicht rumschwangeren eigentlich sehr sehr hübsch gemacht alles sehr hübsch blablabla blablabla ja das finde ich auch weißt du ja ich finde dass du eigentlich sehr hübsch bist an sich so finde ich recht danke die grundversorgung die ist gier gier leistet nur komm schon schwangert mal rum da so ich bin so schwanger ich muss hier nur umdrehen ich meine ich bin so schwanger ich muss ja das dauert das dauert okay komm hier weil das so lange dauert geh mal da hoch und du hier Darth Vader geh mal mit da rein mit deiner Rüstung wirst du schon überzeugen ich tanze hier mal alleine hey Baby drehe dich mal um hä was du sollst dich umdrehen zu mir ich versteh dich absolut nicht ich guck lieber den da hinten zu ja weißt du also mein Bart den ja den den pflege ich somit Butter aus der Kantine ja das glänzt also hilft also ist ja das ist ja das ist ja sag mal das blau das steht dir total gut ich das auch gerne hast du doch oh ja stimmt zack auf Level 3 geschwangert er zeigt immer nur mit dem Finger auf sie du 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 ja das dauert wie ist er dann hier oh Wasser zack Darth Vader kommt nicht gut an bei den Mädels ok komm dann geh wieder zurück da kann der Wookie da hochgehen das ist gar kein Wookie das ist gar kein Bart das ist ein Schatten und seine ältesten Robe der hat kein Bock der steht da noch rum und lächelt und er steht dahinter hat mit dir so ins Ohr auf Level 3 geschwanger hat Moment was habe ich denn oh ich habe scheinbar oh guck mal da gib mir das sammle 100 Energie verkaufe 1 Waffe oder Outfit nö habe ich jetzt ah ah ja direkt ja zum Glück hat er direkt eine Waffe er ballert da einfach mit der Flinte rum so oh mein Gott oh mein Gott ich mach das ich mach das Ladies bamf 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 ballert da rum so jetzt verteilt euch mal neu ach guck mal jetzt hat sie ah jetzt hat sie jetzt hat er ihre Aufmerksamkeit ah mein Retter mein Held so das soll es dann für jetzt auch erstmal gewesen sein schaltet auch nächstes Mal wieder ein wenn es heißt herzlich willkommen in meinem tollen Vault unter der Erde im Fallout und äh werden diese beiden überaus potenziellen Pärchen zueinander finden und den Vault mit äh neuen mit mit Nachwuchs segnen das und vieles andere erfahrt ihr in der nächsten Folge haut da rein tschüss